und damit herzlich willkommen zurück so wie ihr gemerkt habt ich habe es mal wieder nicht geschafft pünktlich abzugeben wir sind trotzdem wieder zurück in konkram in der seru stadt und schauen mal also die leute haben wir schon befragt die sagen uns nichts außer eigentlich nichts kisten haben auch schon gesucht kemaro haben den denn schon alle der ja du nicht aufladen hätte ich mal können und du hast noch nicht okay ja also aufladen ist ganz dringend nötig dann dann machst du das gleich mal schade dann eben außerhalb des kampfes ja recht hier geht es nicht weiter hier ist die geste juhu verlorener karl was hat er gleich gemacht jetzt maximal gps ok ist also sowas wie der phoenix nur automatisch bist du wichtig das würde ich mir nur ein das muss ok also du bist nicht wichtig ja Ey, schau. Schade, wieder nichts. Und bei dir? Auch nicht. Auch einen Heilbruch gab's, das ist doch schön. Das freut uns. Gut, gibt's noch mehr Kisten zum Plündern? Ho, 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 der Weihnachtsmann. Nee, hier gibt's nichts. Gut. Ach, naja. Gut, hier gibt's keinen Seru zum Empfang. Das schneiden wir einfach mal. Fang ist übrigens doch vollkommen falscher Ausdruck, oder? Fähigkeiten erwerben ist es, glaube ich, korrekterweise. Ähm. Was ist los, Noah? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich kenne diesen Ort. Ah, ja. Wahn-Gala, ich habe Angst. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Angst. Große Angst. Vergiss nicht, was auch immer passiert. Wir lassen dich nicht im Stich warnen und ich werde immer bei dir sein. Ja, ihr seid gute Freunde. Ihr habt es versprochen, vergesst nicht, dass ihr versprochen habt, bei mir zu sein. Ähm. Wir reißen sowieso als einen Charakter, also das wird echt schwer. Ihr wachen, seid ihr wichtig? Okay. Okay. Ihr seid bestimmt wichtig. Ist das widerlich, diese pulsierende Orte hier. Die andere auch. Und das so, obwohl es so aussieht, das wäre ich gerade vor einem Thron oder so. Ui. Ich überrasche den Feind. Das gefällt mir aber gut. Das gefällt mir aber gut. So, ich wollte mal gucken. Nee, wir hatten ihn wirklich noch nicht. Gut. Halte Mahle! Jusquitai, come nach vorne! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Jusquitai, naja! Jusquitai, naja! Na ja! Ich muss room... schöne runde summe 2000 erfahrung 3000 gold magie und ich könnte ja dann auch mal was machen wir wollen ja auch diese rote an und aufwerten also doch kein thron doch ein thron oder so ich spüre dich nur ich weiß dass du da bist mutter das ist meine mutter ist ja früh warum sie so komisch wandelt aus nur ich habe auf dich gewartet so lange komm her lass mich dich fühlen ich höre dich spüre deine wärme du bist zu groß was mit deinen augen kannst du nicht sehen ich wurde blind durch den dichten nebel und den simseru der die stadt umgibt umgeben ist ein bisschen untertrieben oder aber ich kann dich hören und deine anwesenheit spüren meine gefühle für dich schützen mein verstand wie kann ich dir helfen wisst ihr alle dass der letzte nebelgrane autor in jettes absoluter festung steht ja klar das höllentor ist aus einer alten substanz und lässt sich nicht leicht aufbrechen um das höllentor vor der festung aufzubrechen braucht ihr die nehmen dass die nemesis edelstein sagen wir ich werde ihn herbringen sie sind weg es gibt auf der ganzen welt keine nemesis edelsteine mehr liegen bestimmt alle in der festung wenn ihr aber zurück ins frühe konkram reist werdet ihr den nemesis edelstein finden geh zu deinem vater ist in den hüllen unter dem palast wie komme ich da hin die seru flamme hat die energie euch zurück in die vergangenheit zu bringen ich werde sie holen also gibt die hoffnung nicht auf waren gala bitte passt woher kennt ihr den namen ah hier ist eine tür wieder langweilig ok also muss ich vielleicht heute die treppe runter zu den zwei wachen oder kann ich hier rein heilfrucht ok kann ich hier nicht machen kann ich mit dir reden ist das hatte ich gesagt tief unten ok sie hat gesagt tief unten und das könnte sogar stimmen weil ich bin ja auf dem turm gekraxelt komischer octopus wenn du blockst Kannst du dich doch nicht besiegen. Das war horch. Habt ihr gesehen, oder? Den vorhergeschlag haben wir noch geblockt. Nein! Hm! Mehr Türen gibt es hier nicht. Doch zu den Wachen runter. Aber die haben ja gesagt, ich brauche diese Ruhrflamme. Hier gibt es keine Tür. Oh! Ja! 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 Also, Geul hat den jetzt nicht locken können. Ja! Oder Kanton. Hat einen Vieh genutzt. Ja! 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 Dasselbe nochmal. Hättest du gekondert, hätte das allen viel genutzt. ств depth師 Ab Heil revision, des挺 lovese zu sein. was ist ein Mortar das Häußer oder weiß ich nicht. Ja! 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 Ist nicht auch langsam mal wieder ein Levelaufstieg fällig? Äh, Status war's, glaub ich. Naja, dauert schon noch ein paar Kämpfer, hier auch und hier auch, naja, allzu schnell geht's nicht. So, äh, Türen, hier gibt es keine Türen, lasst ihr mich jetzt durch? Wie habt ihr denn das gemacht? Egal, darüber mache ich mir jetzt eine Woche lang Gedanken. Ähm, bis dahin Kommentar da lassen, Daumen da lassen, Video teilen und verratet mir bitte, wie die das gemacht haben, na dann, macht's gut, bis vielleicht zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.